Deutschland. Fast unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2024. Mit dem als Kraftfahrzeug getarnten Yeti und dem Käpt'n auf der Brücke geht es heute zu den Siebensteinhäusern auf dem NATO-Truppenübungsplatz bergen. Wer sich, so wie wir, diese Steine einmal aus der Nähe betrachten möchte, ist gut beraten, sich vorher den Plan, den Begehungsplan oder Sperrplan dieses Truppenübungsplatzes einmal runterzuladen. Die werden immer Ende des Monats für den nächsten Monat aktualisiert, so wie ich das gesehen habe und da kann man dann sehen, ob Besuchszeiten der Siebensteinhäuser eingetragen sind. In diesem Monat war es zum Beispiel nur am Freitag, dem 1.11. möglich. Zur allerletzten Sicherheit empfiehlt es sich allerdings, dort noch einmal anzurufen und sich das nochmal genau zu erfragen. Wenn man dort ankommt, landet man vor einem Schlagbaum mit Förtnerhäuschen. Dort muss man dann einen Personalausweis abgeben und bekommt dann sozusagen zwei Begehungs- oder Besichtigungsausweise, die man offen auf dem Armaturenbrett auslegen muss. Und man bekommt zwei DIN A4-Zettel. Auf dem einen stehen Sicherheitshinweise und auf dem anderen sind die Siebensteinhäuser einmal genauer beschrieben. Das werde ich euch gleich vorlesen, was da drauf steht, während wir die 6 Kilometer mit den vorgeschriebenen 50 kmh zum Parkplatz der Siebensteinhäuser fahren. Der erste und natürlich wichtigste Zettel, den man ausgehändigt bekommt, sind die Sicherheitsvorschriften, die ich euch einmal kurz vorlesen möchte. Damit sie die Siebensteinhäuser in guter Erinnerung behalten, ist Folgendes unbedingt zu beachten. 1. Zur Hin- und Rückfahrt zum Kulturdenkmal ist nur die vorgegebene befestigte Straße zu nutzen. 2. Das Verlassen der Straße oder die Weiterfahrt über das Kulturdenkmal hinaus ist verboten. 3. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 50 kmh. 4. Abseits der für Besuchstage extra geräumten Straße ist, für Sie nicht erkennbar, mit gefährlichen Blindgängern zu rechnen, die bereits bei Annäherung oder leichten Erschütterungen explodieren können. In großen Lettern Achtung, Lebensgefahr! 5. Der Besuch der Siebensteinhäuser zu Fuß mit Inlineskates oder Ähnlichem ist nicht gestattet. 6. Aufgrund militärischer Übung ist mit Querverkehr von gepanzerten und ungepanzerten Fahrzeugen zu rechnen. Das Sichtfeld der Fahrer kann durch Tarnmaterial oder baulich bedingt stark eingeschränkt sein. Die Besatzung der Gefechtsfahrzeuge kann Sie erst sehr spät erkennen. Fahren Sie stets mit äußerster Vorsicht und mit Fahrlicht. Soweit so gut und wir sind fest entschlossen, uns an diese Sicherheitsvorschriften zu halten. Hier nun der zweite Zettel mit der Beschreibung der Siebensteinhäuser. Die Siebensteinhäuser bei Bad Fallingbostel gehören bereits seit einigen Jahrhunderten zu den bekanntesten Großsteingräbern Deutschlands. Ihre erste bekannte schriftliche Erwähnung erfolgte bereits 1720 durch den gelehrten Kessler. Neben vielen anderen Autoren leistete auch der Heimatschriftsteller Freudenthal einen nicht unerheblichen Beitrag zur Popularität der Siebensteinhäuser. So waren diese in der Jungsteinzeit erbauten Gräber schon lange vor der Anlage des Truppenübungsplatzes ein beliebtes Ausflugsziel. Dies ist bis heute so geblieben. Wenn auch den Großsteingräbern, deren erste Unterschutzstellung der Fallingbosteler Oberamtmann Quintius Icilius erreichte, durch die Kiefernaufforstung um die Mitte des 19. Jahrhunderts und durch den Bau der Schutzwelle 1958 die Harmonie der Landschaft verloren ging. In den zurückliegenden Jahren waren jedoch trotz der vorgenannten Maßnahmen erneut Granateinschläge im unmittelbaren Gräberbereich zu verzeichnen. Diesem Übel ging der Verfasser nach und konnte schließlich Schwachpunkte ermitteln. Der 20- bis 30-jährige Birkenaufwuchs gab den über Wallhöhe ankommenden Granaten teilweise eine neue Richtung, sodass es zu Treffern im Gräberbereich kamen. Durch das Freistellen der Welle vom höheren Bewuchs und Anpflanzen von Wacholdern wurde die Gefahr beseitigt. Maßnahmen, die nicht nur dem Schutz der Gräber dienten, sondern auch mehr Licht in die Anlagen brachten. Besucher und Denkmalpfleger sind erfreut über die gute Zusammenarbeit seitens der Kommandantur, Standortverwaltung, Bundesforst und des Landkreises zum Wohle der Großsteingräber. Wahrscheinlich wird der Besucher zwei Steingräber vergeblich suchen. Es sind nur fünf Steingräber vorhanden und das war sicher immer so. Sieben bedeutet im Volksmund einfach mehrere. Die sieben Sachen bestehen auch nicht aus genau sieben Gegenständen. Die fünf Steingräber wurden in der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts vor Christus von den Menschen der Trichterbecherkultur, den ersten sesshaften Bauern dieser Region, als Weinhäuser für ihre Toten errichtet. Es gab schon damals begabte Baumeister, denn die Kammerlangseiten der fünf Gräber sind fast zentimetergenau in etwa nordöstlicher Himmelsrichtung ausgerichtet. Außerdem war es sicher nicht leicht, die passenden Ständer und Decksteine zu finden, geschweige denn, sie mittels Hebeln und Rollen zu transportieren und vor Ort aufzubauen. Der Kammerfußboden wurde durch das Einbringen von Granitguss und Sand trockengelegt. Alle Fugen zwischen den großen Steinen wurden durch Trockenmauerwerk, heute nur noch in den unteren Bereichen sichtbar, in einer passgenauen Technik verschlossen, welche der heutige Steinmetz nicht mehr beherrscht. Nach der Erstellung des kleinen Zugangs, deshalb Ganggrab, in der Mitte der Südostseite der Grabkammer wurden ringsherum Kranzsteine gesetzt und der Raum dazwischen wurde bis über die Decksteine mit Erde befüllt. Dies ist in Resten auch noch am Grab D sichtbar. Zu alledem brauchte man Erfahrung und ein umfangreiches Wissen, sonst hätten die Bauten nicht Jahrtausende überdauert. Während das Grab D vom Typ her parallelen zu französischen Grabanlagen zeigt, lassen sich die anderen vier Gräber dem Elbe-Weser-Dreieck zuordnen. Zene 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier ist noch einmal der eben erwähnte Stein mit den Gravuren und ich habe den eingescannt und ihn bei Sketchfab hochgeladen. Den Link zu Sketchfab werde ich euch in der Videobeschreibung einfügen und da kann man ihn noch einmal sehr sehr gut von allen Seiten betrachten, größer machen, kleiner drehen und so weiter. Es würde mich freuen, wenn jemand einen Tipp hätte, was auf diesem Stein zu lesen ist oder was diese Zeichen zu bedeuten haben. Vielen Dank! Ansonsten bedanke ich mich, hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, euch diese tollen Steine einmal anzusehen und sage bis zum nächsten Video. Tschüss! Ansonsten bedanke ich mich, hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, euch diese tollen Steine einmal anzusehen und so weiter.